so und damit ein hey und herzlich willkommen hier zurück zu parrott ja wir sind hier wie ihr seht beim breeding und wollen uns nämlich die ein bisschen mehr brüllen auch ihnen mal kurz die eier und da haben wir ein new christ schon mal auf dem maximalen so dass du noch einen verdächtig hier habe ich noch eine übung gebe ich am besten meiner nun bist du bist auf 50 hoch das ist super hat ich toll wunderbar so geolans hat er gelernt jetzt das problem ist auch natürlich jetzt falls werden ohne bars werden ist halt gerade nicht gut und das große problem ist wenn wir hier jetzt mal rüber auf die links gehen um die guten pils wären also die die legendary oder die ultras zu machen also legendaries euch tatsächlich nur noch paluminium bruchstücke die kann ich holen klar stahl brauche ich für die ultimative natürlich dann auch noch mal natürlich dann auch noch mal eine sache nicht so deswegen den den und den haben wir kurz mit nach da drüben einmal an das ding daran so mein diese das band meine liebe erstmal noch mal ein paar ultimatives sphären bauen ich meine mal klar ich weiß dass klar stahl brauche ich ja eigentlich auch noch für die rüstung wir können aber gleich noch mal ein bisschen ich sag mal rum und mal gucken ob wir vielleicht ein paar andere als die jetzt nicht 55 oder so sind noch fangen können wie wir eigentlich hätten brin dann wollen mal mal ein bisschen pils fangen ist ja nicht so wild immer nur eine sache dass wir die nicht töten und aber aber man ich sag mal so sieht wir kommen gut voran eigentlich mir fehlt halt jetzt level ups zum füllen die wichtigen abbaugebieter noch also was wie schwefel ding und steinkohle ding und so und halten die parzen gut mal ein bisschen gefangen was später noch wie interessant wird bis seit die ölplattform die wird noch interesting soll ich jetzt mal die anderen anobes wachen gerade auf es wird schnell vonstatten gehen oh ok 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 machen wir gleich hier weiter haben wir gleich von den kleineren wären auch gleich noch mal welche an den terrasse an weil eigentlich ist das ja meistens so gedacht gefangen bis level 10 an bis level 20 fangen bis level 30 bis 40 bis level 50 über level 50 so ist das eigentlich gedacht gewesen so bis dahin haben wir müssen wir vier mal noch fangen wäre nachts kommt die hier überall aber da tagsüber sind nur da dann warten wir da bis auf nacht er die müssen wir noch ich brauche euch noch einmal das kann ich so fangen zum beispiel einmal den einmal das pferdchen beziehungsweise egal wir suchen uns jetzt ein pferdchen nerviger ist halt wirklich dass ich hier nicht halt nicht wirklich linksen kann muss ein bisschen stress machen nicht tut mir leid aber nicht weh mir bitte kommen lasse hätte ich das mal am anfang gewusst wie viel erzter hier sind da frede manchmal jetzt brauche ich die eh nicht mehr aber das wäre interessant gewesen das zu wissen aber da erzter wenn es nesst so ah wo sind sie hier sein oder nicht nicht da habe ich mich jetzt da verkauft weiter in die richtung also ihr da in die richtung da drüben sollen sie sein hier im bereich in den neuen da ist 1 das mache ich aber ohne links zack zack haben wir dann auch zwölf von zwölf das eisbuxting das haben wir dann in dem kleinen eisgebiet ok und dann fangen wir uns noch ein paar kleine ganz einfach ja in dem kleinen eisgebiet soll einmal kurz zur basis wo mir einmal kurz mein anderes pal was dieses dings hat werde kurz einmal kurz sortieren also erstmal dafür mal anubis raus ein paar hier da rücksichtsvoll hat es kann halt mir besser hilft mir ein bisschen besser weil dadurch habe ich wenigstens die möglichkeit die auf auf 1 zu kriegen ohne schildbräunig auf 1 zu kriegen ohne dass sie gleich sterben bei denen da hinten weiß ich gar nicht habe ich guck mal so 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 Ich würde sagen, ich habe hier gewillig dründer. Oh, hier. Der Spors. Das ist ein Eisding. Unter Wasser. Äh, ein Eis sage ich schon, ein Eisen. Unter Wasser. So ein Erz. Nee, rein Tricks wollen wir nicht. Rein Tricks haben wir genug. Die andere, ich will die Fox. Ich will die Fox doch nur wieder haben. Ich den rein Tricks. Kann doch nur noch die Fox haben. Ah, chill natürlich auch. Nee. Leider gerade keine... Leider gerade nicht hier. Fürin. Unten beim Vulkan. Unten beim Vulkan. Einmal so. Dann einmal runter zum Vulkan. Oh. Oh. Okay. Ach, hier mal. Ah. Danke. Oh. Na, wenn schon, dann schon. Nächstens ein bisschen was mitnehmen. Oh, hi. Oh, hi. Oh. Oh, hi. Oh. Oh, hi. Oh. Dann halt so. Und dann ist es Oh, ein Shiny Oh, sogar noch so ein Shiny Ich brauche ihn ja eh Also dafür das Shiny Mache ich mir auch Brauche ich eine Ultrasphäre Ich brauche es Oh. 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 Schick. Schick, 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 schick. Wir haben hier jetzt einen Shiny bekommen. Ein Shiny bekommen. Ein Shiny bekommen. Okay. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt auch erstmal wieder zurück zu Dings. Die Basis. So. Mal kurz. Äh, die Basis. Ich bin mal nämlich gespannt kurz. Ähm, hier, ne, die Dinger haben wir. Ah, Herbizid. Schade. So, ich mein mal, hm. Außergewöhnlich und Herbizid zwar. Allerdings, äh, dadurch... Nö. Ist natürlich auch ein ordentliches Ding. Ja. Nervige ist lediglich nur, dass ich hier jetzt das Ding nicht habe. Okay. Ähm, nee, da hatte ich kein... Hier war die Feuer... Dings. Will einfach nur gucken. Genau. Hier hatte ich nämlich ihn. Der war Oberbergmann nämlich. Weibliches Oberbergmann. Und du bist ein... Männchen. Guck mal. Perfekt. Kann ich gleich mal sagen. Hier. Hier. Nein. Hier. Kollege. Stego. Da. Du machst Feuerbezeugung. Please. Kann er sich ein bisschen erholen. Mir geht's eher darum, ne, dass ich die... Wichtigen Paar jetzt nicht später aussehen irgendwie ver... Brutzelt. Oh, guck mal. Äh, da, 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 da. Dahin und du dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Eier. Haben wir damit dann auch schon mal für... Inia. So. Nächsten... Ding wäre... Grintail. Grintail... Äh... Jetzt muss ich kurz mal... Ab... Reading. Grintail... Wäre... Penking und Azurobe. Penking und Azurobe. Penking und Azurobe. Kann ich hier nicht... Ne. Penking... Also erstmal sortieren, ne. Einmal sortieren. Penking... Ah... Warte mal. Azurobe? Was habe ich als Azurobe? Dachte ich mir nämlich, ich habe nur eine Azurobe und das ist eine weibliche. Das heißt, ich muss natürlich den männlichen Penking dafür nutzen. Weibliches Azurobe, das heißt, ich muss den männlichen Penking nutzen. Ja. Es geht ja immer nur männlich-weiblich, deswegen. So. Das würde funktionieren. Jetzt brauche ich nur noch die Zahl. Vier Stück. Vier Kuchen brauchen wir. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Zack. Und das müsste funktionieren jetzt. Gut. Dann gehen wir einmal schnell durch. Ne. Zack, zack. Einmal die... Dinger schnell hier einmal durchgehen. Also, okay. Wir sind ja hier... So. Du. Nee, du kannst da drin bleiben erst mal. Du, du, du. Das Ding, das Ding. Was heißt das? Lassen wir erst mal. Gut. Ähm... Hm, nana, 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 nana? Hier! Zack, 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 zack. 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 Zack, zack. 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 Zack! wir machen hier so man sagt kuchen und wir machen da dann haben wir auf jeden fall das dann auch schon mal so gut da war es nicht ist es ist das das ist und auch ach hier wird gar kein weiterer stahl hergestellt warte mal deswegen hallo ich durch auch noch mal dann von hier und sich davon und von sich davon das bauen wir jetzt da dann eine weitere links hier hin zu bauen weitere feuer förder stelle hin zu bauen natürlich ein bisschen abstand dann lasst er nicht aluminium waren dass ich froh ding eigentlich eine station habe ich habe dann eine minium an so und dann und wir uns hier mal kurz weg wieder zu der basis über und ich würde sagen dann beenden wir hier auch erst mal diese folge ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaut auch in der nächsten folge wieder rein wenn es denn weiter geht hier mit power world